Hallöchen, Hallöchen, willkommen zurück und ja, wir sind mit der Mission hier noch dran. Wir wollen mein Auto hier unbedingt kaputt machen. Unbedingt kaputt machen. So, wir müssen irgendwie hinten hin. Es ruckelt auch ein klein wenig, irgendwie. So, okay. War wieder voll falsch. Wir müssen hier hoch. Hallo, lass mich mal vorbei hier. Warum ruckelt das? Ich muss nochmal nachgucken. Ähm, nee, nee. Hier vielleicht Gameplan. Nein. Und wohl. Äh. Das ist eigentlich auch nicht. So. Hm. Okay. So, hier vielleicht ein Mamba. lassen dass man sehen ob es klappt irgendwie ruft jetzt trotzdem ein bisschen ich glaube ich brauche bald ein neues car hier warum das so ein bisschen ruft hier ich stehe das gott nicht so genau da jetzt besser klappt na ja wirklich nicht aber woran das jetzt hier liegt jetzt mein fehler wir müssen hier hoch ich darf die aussteigen gerne alles klar wir sind drin war das schnell einsamen hier nachladen nachladen bitte jetzt haben wir die hinten sieht nach dem helikopter aus so ok jetzt haben wir den sheriff nachladen nachladen ja haben wir auch geschafft nachladen fuckers think you can stop me now ja das kann auch sein naja 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 ja naja 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 jetzt ich kenne diese Ah Gott, ich hab's jetzt. Oh. Das ist beigeschalten. Okay, ich kann den Helikopter nicht schlapp machen. Guck mal. Immer wieder das nachladen. Kann man eigentlich auch Waffen motzen? Und da ist Kevin. Ah, komm, entschärfen. Ich sollte dich auf den Tele-Novellas warten. Also, wer hat Korazon getötet? Oh, verdammt! Seine Heilung hat den Priester gewonnen und hat gesagt, dass ihre schwelle Brüche... Keine Ahnung, wir werden sie gemeinsam wieder sehen. Da, das ist die letzte Bombe. Wow, du hast mich schraubt. Du bist, wie, literally mein Hero. Was jetzt? Jetzt sage ich, dass wir in die Maschinen auf die Maschinen und euch an diesen verdammten Motherfuckern, was passiert, wenn sie einen St. auf die Maschinen. So, wir müssen nach unten wieder. Okay. Dann gehen wir nach unten. Wir müssen nach unten. Da möchte ja eigentlich keiner mehr kommen hier. Läuft uns durch... Ich kann mir in die Truhe springen, ja. Okay, verliere ich Leben. Ist gut. So, jetzt bin ich hier unten mit BIA. Ich muss hier einsteigen. Wo ist denn der Jäden? Okay. Was haben wir denn hier? Und Aussichtspunkt. Nicht klar. Ah, da sind noch welche. Hallo. Das stimmt, ich bin doch da drin. Äh? Nicht klar. Da ist nicht wieder von da oben. Kann ich nicht hier runterspringen? Nein. Ah. Was ist das denn? Sorry, ich musste das nachhalten. Das leben wir auch gut. Blowing up a tourist sign? What is wrong with you people? Oh, mein Gott. Geh auf dich selbst. Zinzere. Das ist nicht das, was du erwartest, was du? Ja? Ja? Was ist das, was du erwartest? Ja? Ja? Batman, go back! It's not me, it's you! Go me! These guys won't quicken die! You were never worthy of us! What's up now? Let's get in this together! Okay! We need Munition! We need Munition! Hey! What's up now? Post-Capitalist support a house this big! We need more! We need more! I can't get the clips out! Munition then, super nice! Okay, wir sind jetzt hier fast am Helikopter! Alright! Sooo, ein bisschen Munition! Besser Typ, den wir es brauchen! Get in on the revolution! Gotta reload! Blink! And you missed something! Da! Wir sind halt bei den ganzen anderen... Ah! Wow! Die war gut! Uhhh! I really... Merle... Erstmal schön eingesammeln. Nichts mit einsammeln. Drill Catch. Ich habe glaube ich neue Waffen. Gut, Kohle haben wir ja genug, also das ist nicht so schlimm. Gucken wir mal. Wo haben wir jetzt die Waffen hier? Wo sind die Waffen? Ja, oben bestimmt nicht. Oben bestimmt nicht. Was haben wir hier? Toilettenhäuschen, yeah. Waffen, Waffen, Waffen. Was ist hier? Ja. Das war was schönes. Oh. Anladwerfer. Okay. 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 Da kommt noch nichts mit anfangen. Dann starten wir mal hier. Das ist mein Auto. Was mit K? Wird schon wieder so weit fahren. Ja, ja. Hopp, hopp. Ist da immer noch so viel Lampe mit hier. Das ist klar. Ups, ups. Das war zu fest. Oh nein, 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 nein. Tut mir leid. Tut mir leid. Äh, ich hänge wieder kurz. Okay. Ich hab grad pflaxen. Ich hätte anders fahren können. So. Wir sind da. Wir sind da. Wir sind da. Ja. Aber, wo wir die Mission hier weitermachen. können. Ich würde auch sagen, was mich gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also. Bis dann. So. Bis dann.